Derbyzeit rückt immer näher. Am Freitag spielt die Tabellenführer der Oberliga Ostfass Berlin gegen Stadtrivale ECC Preußen Juniors. Nehmen wir steht Chris Lee, Coach von Fass Berlin. Chris, Derbys. Emotionen pur. Die Mannschaft ist an der High. Was können wir erwarten? Die Derbys sind immer etwas Besonderes. Die sind natürlich für die Jungs auch besonders. Preußen natürlich auch. Der erste Platz sind nur zwei Spiele bis jetzt gespielt. Preußen hat auch ein schweres Spiel in Leipzig gehabt. Die Derbys sind natürlich etwas anderes und wir freuen uns drauf. Es ist halt so, dass die Mannschaft die Saison gestartet ist. Als Coach musst du recht zufrieden sein. Nicht auf dem ersten Tabellenplatz, sondern auf der Tatsache, dass man zwei Spiele gewinnen kann hintereinander. Natürlich. Am Anfang ist immer wichtig, dass du den ersten Sieg einfängst, dass wir gleich zwei geschafft haben. Das war natürlich ein Bonus. Aber wie gesagt, zwei Spiele. Es gibt noch 30. Das ist schon noch eine lange Zeit her. Mehr kann man dazu nicht sagen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.